Herzlich Willkommen zu Life is Strange Before the Storm Remastered Episode 2 Schöne Neue Welt. Wir fahren fort. Hört sich an wie im Schulfernsehen. Lesson 2. Lesson and Repeat. So, ich habe ehrlich gesagt vergessen, was wir zuletzt gemacht haben. Aber das ist ja typisch, ne? Achso, ja. Ich bin gar nicht so lange her, aber ich habe es ehrlich gesagt auch ein bisschen verdrängt. Wir waren bei Frank. Wir waren bei Frank. Ja, und sie soll doch da irgendwie was holen. Ja, ganz danke. Für den Frank. Was war denn jetzt da nochmal? Guck mal, guck mal in deinen Arm. Guck mal in deinen Arm. Guck mal auf deine Spickzelle, dann rufst du an eine Baustelle. Wir gucken wohl erstmal. Ach, nasser Beton. Wir gucken erstmal Rachel wohl. Jetzt habe ich zur gleichen Zeit eine SMS gekriegt wie sie. Das ist ja unfassbar. Ja, ich hoffe nicht von Rachel. Nee. Moment, wo sind wir denn? Achterfünfter, alles Achterfünfter. Das kennen wir noch nicht. Nein, das kennen wir noch nicht. Das auch noch nicht. Das auch noch nicht. Na, das hat man. Ich hole was von zu Hause. Das sind die Schraubplatz. Genau. Wieder in der Schule. Sie haben Zelte als Umkleiden aufgebaut. Was machst du gerade? Ich bin auch, weil es Zelte als Umkleiden. Warum? Weil wir die eine so verschöntelt haben. Ach nee, das war ja... Das war ja die Toilette. Das war das Klo, genau. Bestimmt für den, äh, fürs Theaterstall. Ah ja, ja. Na, draußen ist ja nur die Bühne, kannst du ja nichts mitziehen. Ja, stimmt. Was machst du gerade? Ich bin auch hier. Erledige was für meinen Dealer. Oh, echt? Böses Mädchen. Kommst du vorbei, wenn du fertig bist? Geht klar. PS, ich habe die Frau, mit der dein Vater sich getroffen hat, aus dem Wohnwagen meines Dealers kommen sehen. Was? Anscheinend macht sie eine Menge Leute Ärger oder so. Ihr Name ist Sarah. Rachel? Ich glaube, ich will ihren Namen lieber nicht wissen. Ja, das können wir jetzt immer rückgängig machen. Ja. Oh, mein Fehler. Nein, ist okay. Ich seh dich bald. So. Ins Wohnheim gelangen. Ja, das war uns klar. Aber wir wissen nicht mehr, was wir da sollen. Ja, das würden wir dann wohl schon gesagt kriegen. Irgendwas können wir da holen, suchen. Irgendwas war das. Ach, Steph. Now that I'm gone, Steph might be the coolest person left at Blackwell. Besides Rachel. Obviously. Natürlich. Ich kann mich nicht mehr auf den Weg aus. Ja. Whoa. Hey, Kalamastia. Surprised to see me on parole? I told you Wells was out to get you. That text was a rare courtesy, by the way. I don't normally get involved in other people's dumb decisions. Ähm, aussichtsloser Fall. Ja. 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 Haha, es geht schon mal da los. Ja, ja. Ja, ja, mach mal. Tricks on you, because I am the ultimate lost cause. Skipping with Rachel, Amber does have an appeal. Wow. Ja. So, what are you doing here? Ähm, ich erledige los. Ich stimme mit dem Turm an. Ja, weil sonst fragt die Nachbars zu erledigen und so. Dann müssen wir da rumlügen. Ich meine, das ist ja auch gelogen, aber dann verstricken wir uns nachher nur noch mehr, weißt du? Ja, Moment. Aber ich erledige nur, was ist erst mal noch nicht gelogen. Das muss man ja auch mal so sehen. Ja, ich meine, aber sie wird doch nachfragen, oder? Nein. Lexi? Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde was erledigen, wahrscheinlich. So, klar, du bist so ein Mann. Ja. Nein, aber das komische Stück, das glaubt dir doch kein Schwein, ey. Ja, wegen Rachel. Nein, wir erledigen nur was. I'm just picking up something from somebody. Das bringt ihn doch richtig. Das bringt ihn doch richtig. Nein. Nein. Was ist all this stuff? I'm prepping for the Tempest show tonight. I'm the stage manager. Oh, right. I think I knew that. Honestly, the show's really good. It's worth seeing. I'm sure it is. Obviously, Rachel's fantastic. But everyone else is pretty impressive, too. Ich wäre fasziniert. Ja, wir können ja mal fasziniert sein. Was ist das? Ich meine, das ist Rachels' Geschäft, oder vielleicht deine in Rachels' Geschäft, aber wenn du mir gefühlt fühlst, erzählst du mir... Ich bin nicht sicher. Ja, im Grunde. Ja. Es ist ja alles so ein bisschen schwammig da mit den beiden. Ich bin... Ich weiß nicht. Es ist... Es ist... Verrückt. Ja, ich kann es mir vorstellen. Willst du mit mir sprechen, Chloe? Du weißt, du kannst, oder? Ich sehe dich später, Steph. Viel Spaß beim Kasteln. Ich muss gerade daran denken, dass immer wenn der Name Nathan fällt, man ja sofort immer so eine Abneigung kriegt. Ja, ja. Aber ist er da ja noch gar nicht so, oder? Ja, schon. Oder besonders hier. Er ist auf den besten Weg, sagen wir mal so, ne? Das Ding ist halt, wir haben ja eigentlich im anderen Teil herausgefunden, dass er nicht so schlimm ist, wie es scheint. Ja. Und er am Ende ja selber ein Opfer war. Und insofern ist das... Aber gut, ich meine, er verhält sich halt hier auch immer kacke. Du triffst auf ihn und er verhält sich kacke, ne? Ja. Also muss man ihn schon wieder hassen. Und ja. Er macht es einem halt nicht gerade leicht, dass man da auch immer mal gut denkt oder so. Ja, genau. So sieht's aus. Ja. Tschüss. Interessiert sich noch jemand für die Gründung einer Diskussionsgruppe zwischen den Religionen? Offen für alle und jeden. Sieht so aus, als wäre jemand aus dem Vortex Club verwiesen worden. Lasst uns feiern und voneinander lernen. Wir sind die größte Ressource von Blackwell. Ah. Eigentlich, dass das von Kate ist. Naja, sie ist ja so... Sieht ja fast schon aus. Naja, sie ist ja so... Naja eben. Ich hab's jetzt aber auch nicht gehört, aber nicht eben an dem Gezwitscher, was ich im Spiel auch höre. Naja eben. Naja. 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 Er wirkte zwar immer so Triebtäter-mäßig, aber das war ja eigentlich ganz okay, er war nur ein paar Litter-Kern. Das ist so ein unheimlicher Typ. Der ist halt, der ist sehr schlau, der durchblickt alles irgendwie. Ja, aber ich finde, der redet und oh, ich hab' nicht kännsaut, ey. Sag dir mal, Elliot. Elliot. Hör mal nochmal, Elliot. So, what about Elliot Hampton? Have you seen him recently? I only see what Elliot wants me to see. Okay. Usually I can see both what people want me to see and what they want to keep hidden. Das ist klar. Okay, dann soll man sagen. Oder sich andere sehen lassen. Ich hätte jetzt gefragt, was will ich verstehen? Ja, dann mach mal. And what do I want to keep hidden? That you are lonely. And afraid. Oh, f*** ich. Nee, f*** ich, Gerdes. Das ist doch richtig. That's not true at all, man. It's okay, not to be okay, Chloe Price. Ah, Alter. Äh, komm, jetzt fragen wir auch eine Rätschel hier. What do you think of Rachel Amber? Rachel Amber is a dragon made of diamonds. That's, uh, deep. Do you just make this shit up on the fly or do you, like, write it down beforehand? Are you angry all the time because you like the way it feels? Or is it merely a desperate defense against experiencing true intimacy with others? I'm, uh, looking for Drew North. Most look at Drew North and see only the athlete, but he is more than that. He is? A great heart he has with much love and no room for fear. I've always thought he was kind of a bully. He may be that too. No one is just one. Ob das im Original eigentlich auch so gesprochen wird, oder ob das jetzt nur so die deutsche Rekondisation ist? Ich bin, ich glaube, das wird schon so sein. Oh, ey. Das ist doch Original. Ja, eben, das ist ja uns. Ja, gut, aber ob die im Englischen genauso, der genauso gesprochen wird, meine ich. Ja, es ist doch Englisch. Sprich doch Englisch. Ach, das ist ja Englisch, ich bin ja auch kaufärlich. Das stimmt natürlich. Aber ich... Aber das ist echt unheimlich, ey. Ich höre nicht in der Tattoo, ja. Nice work, Samuel. Naja, fast. Naja, es ist ja scheinbar noch nicht fertig, glaube ich. Er schützt noch daran. Über so, wie ich angefangen habe, Englisch zu reden. Ja, das ist ein Intellektual-Shit, Samuel. So. Chaos-Theorie, aha. Debello Sibili. Ignis Corvusque. Corvusque. Whatever. Ja, whatever. So, ähm, jetzt können wir natürlich... Oh, Grafisch. Das ist ein nice, white door. Mhm. Aber nicht, wie an der Hausmeister dabei steht. Ach, doch. Too bad, I can't tag it with Samuel standing right there. Ach, alles. Mach's, mach's. Ah, na. Aber den rauslocken. Na, ich glaube, wir sollen ja jetzt erstmal rein in die gute Stube. Ja, das ist. Wahrscheinlich, Kim, wenn wir nicht einfach so hier reingehen, oder? Doch. Ja. Nein. Können wir nicht erst mal gegen treten. Verdammt. Ja, das war's nicht so. Ja. Bekommen ein Master Lockpicker, oder swipe someones keys. Ja, okay. Also müssen wir das dann wohl eh ausrichten. Ja. Oder? Wer sitzt da nochmal her? Steph, ne? Aber von der können wir nicht den Schlüssel uns ausleihen, oder? Ich glaube nicht, dass die, das sind hier, da komme ich nicht hin. Okay, dann vielleicht müssen wir dann doch mal mit ihm reden. Wenn wir den hier noch ansehen. Schlüssel. Bingo. Ah, okay. If only this was on supervised. Ah, Samuel springt da. Kann man jetzt springt? Ja. Gehen wir mal dahin. Vielleicht wird dann Ewan auch noch nass. Das finde ich jetzt ganz gut. Ja. If Samuel's working on the sprinklers, it's some damage here might get his attention. But Evan is right there. Come on. Äh. Du musst mal ein Vogel verjagen. Ja. Verschrecken. Hey. Shit. I wanted you to go the other way. Like, as far as possible. The other way. Jetzt müssen wir wieder. Ja, dann nochmal hin. Nochmal erschrecken. Wo ist denn noch ein Haufen? Ach, da ist ein anderer Haufen. Äh, da auch noch. Okay, da müssen wir jetzt zu Haufen, von Haufen zu Haufen. Aber geh mal in die andere, auf die andere Seite. Ja. Ja, okay. Nee. 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 Und weiter geht's. Hier we go. Erdweider. Wo ist denn der nächste Haufen? Sie können mehr. Nee, ich glaubte. Nee, aber ihr guckt ja immer in diese Richtung hier. das war noch ein haufen Ja, da hin. Dann noch weiter rüber, oder? Ne, ne, ne. Was ist er wieder, der? Almost there. Oh. Fast. Ja, wo ist der noch? Ich sehe keinen. Mal eben gucken, ist es hier? Hä? Max would have jumped on that photographer position. Oh, no, it's in one. Spickwild Hotel, der Geist der Neuigkeiten seit 1898. Schreibt für Blackwells älteste und einzige Schülerzeitung. Bewerbt euch, bla bla bla. Grafikdesigner, Reporter, Vertrafen. Äh, okay. Da bewerben wir uns hier wohl nicht. Tja, wohin, ne? Lass uns mal genauer angucken hier. Also hier geht es nur bis zu diesem Punkt. Ja, aber da wird doch eigentlich reichen. Wenn dieser Depp, da hat man nicht immerhin halt irgendein Ding dazugeben. Ja, aber da müssen wir ja nun mal mitleben, dass er das tut. Wie ist denn in Summe was? Kann man vielleicht mit dem Typen nochmal reden, irgendwie? Weißt du, wir probieren halt nochmal in die Richtung. Ja. Wenn der sich nur einmal umdreht, dann reicht es ja schon. Weil der Sprinkler ist ja in diese Richtung. So, und jetzt noch ein zweiter. Und dann reicht es, dann ist es doch gut. Hm, hm. Was lag denn da auf der Dings da? Eine andere Richtung. Aber da lag doch was noch, oder? Könntest du das aufheben? Auf dem Weg, oder was? Das war das bei uns, aber wir können uns doch angucken. Nee, da. Was ist denn das? Was ist da? Nicht. Ist das nix? Nee, das ist nur... Schade. Ja, probier mal. Ja. Andere Richtung. Wir müssen auf jeden Fall da in den Mittelweg. Kann ich dir nicht vor in den Hintern treten, oder so? Irgendwie sowas. Macht das nochmal in den Mittelweg. Ja, du in Ruhe weg. Oh, Mann, nee. Rüber. So, eins, rüber. Jetzt geht er wieder nach... Ja. Dann schlag mal schnell. Dann hol mal die Schlüssel, ich schneide das Kaffee, und dann... Und der geht. Hoch. Auf geht's. Schnell den Schlüssel holen, Graffiti sprühen, abhauen. Ah. Nein, nein. So. Graffiti. Ich habe doch nichts gemacht. Ja, ich dachte, der will da rausrennen. Nein, ich dachte, der will da rausrennen. Nein, ich dachte, der will da rausrennen, abhauen, 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 abhauen. Ach, nicht schlecht. Fertig. Fertig. Ja, gut. Jetzt sind ja auch noch ein paar Schlüssel. Oh. 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 Frenz. Oh. 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 Ich geh da rein. Kannst halt diskutieren. Oh, das ist aber ein weiter Weg. Ei, ei, ei. Frauensache. Nicht cool, Skip. Oh, schade. Ich wollte ihm jetzt aber auch nicht sagen, er verliert seinen Job. Nein. Ja, wir gehen einfach rein. Nein. Ich habe das Posten. Ja. Oh, 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 that's funny. What? What? What did you just say? Damn. Oh, Skip, you really lost it there. Ähm. Time to find Drew's room. Ja. Hast du schon gefunden? So, ähm, wie geht's? Wie geht's, so fängt es an. Hast du schon gefunden? Entspann dich, Mann. Das waren gerade mal fünf Minuten. Sind schon 20 Minuten. Okay, okay, schon dabei. Bei dich. Ja, wir beilen uns hier. Waka, waka. Gut, dass sie direkt den richtigen Schlüssel findet. Ja. Äh, das Schlüssel stecken lässt. Ja, gut. Und kann sich Sam Jürgen ja wieder nehmen. Alright. Which one is Drew's room? A, B, F, B, Wahnung? Was ist das Feuerding, oder nicht? Ach so. Äh, Neuigkeit zu Feuer. Arcadia Bay, Forstbehörde, bla bla bla. Feuer im Kombination Nationalpark. Jetzt 50 Prozent unter Kontrolle. Zusätzliche Straßenschließungen. Details in örtlichen Medien. So, Drew, wo ist denn Drew? Could Elliot be lamer if he tried? Elliot Hamptons room. Wonder what he's up to right now. Ja, komm, bestatten wir den mal. Bestatten wir den mal. Bestatten wir den mal. Bestatten wir den mal besuche. So ein Streber, ey. Ja. Kaputte Orte, eine Biografie von Ernest Hemingway. Die Welt bricht jeden und manche sind danach an den gebrochenen Stellen stark. A photo. Ja, das hat wohl Gründe. Als sie den Raum verließ, es war elektrisch. Errötete Schwingungen, gespannt im Schmerz. Ich sehe sie im Ziegel und Mörtel, im frisch geschnittenen Gras, Augen blitzen auf wie Münzen. Der Fährmann kann sie nicht haben, sage ich, doch die dunklen Götter lachen. Wer ist es, die Elliot schreibt? Der Moment, als die Sonne fast dort ist, die See so umschmeichelnd und warm, wenn konzentriertes Licht die tanzenden Wellen besänftigt, wenn formlose kalte Unendlichkeit sich einer Ebene unterwirft. Und nur für einen Augenblick ist alles möglich. Alle sagen ja, mein Herz sagt ja, ihre Augen sagen ja. Sie sehen sie und doch sehen sie nicht. Wie kann das sein, wenn die ganze Welt negativ und dunkel ist und sie schreit, gleich einer kreischenden Rakete, Feuer auf ihren Fersen? Naja, um wen sollte es eigentlich sonst gehen, ne? Wie kindisch sie ist, wie lieblich und grausam. Ihr schwarzes Messer vergießt Worte, tropfend vor Tinte. Ja, natürlich. Klar geht es um dich. Elliot's Mom seems nice. Elliot Hemden von Cynthia Hemden. Treffglückwunsch. Hi Liebling, ich habe gerade den Brief über dein Stipendium erhalten und könnte nicht stolzer sein. Ich habe in der ganzen Familie gezeigt, deine Großmutter sagte nur, natürlich hat er eins. Er ist mein Enkel. Dein Vater hat wieder angerufen wegen dem 4. Juli. Ich sagte ihm, es ist zu früh, um eine Entscheidung zu treffen und dass du dich auf die Schule konzentrierst. Aber wenn du diesem Sommer etwas Zeit mit ihm verbringen willst, unterstütze ich das natürlich. Brich nicht zu viele Herzen, Mama. Ich glaube, der bricht nicht viele Herzen. Lucky Dana. Von Logan Robertson an Elliot Hemden. Betrefft Weiber Mann. Ey Elliot, du hast Englisch mit Dana Ward, richtig? Wie ist sie so? Ich finde sie heiß. Sag was Cooles über mich. Aber nicht so, als hätte ich dich darauf angesetzt. Gott, ey. Danke, Mann. Oh mein Gott. Ja. Warren Graham is such a nerd. Ja, das wissen wir, ja. Warren Graham an Elliot Hemden. Betrefft Re, 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 schlechteste Filme aller Zeiten. Du liegst so falsch. Ich gebe ja zu, dass Ed Wood einige furchtbare Filme gedreht hat. Aber nach Plan 9 from Outer Space, Plan 9 from Outer Space, kamen doch so viele wesentlich schlimmere Filme raus. Es heißt, es ist der schlechteste Film aller Zeiten, aber hast du mal Night of the Lipus gesehen? Was sind Zombies im Weltall schon im Vergleich zu riesigen fleischfressenden Kaninchen? Es gibt viel weniger Porn hier, als ich hätte gedacht. Okay. Ach, das ist ja seine Suchliste, ne? Wie man eine Karotte bindet, Video. Elliot Hemden, Arcadia Bay. Hat sich selbst geguckelt. Chloe Elizabeth Price, Arcadia Bay. Chloe Elizabeth Price. Chloe Price. Oh Gott. Der Sturm, Zitate. Der Sturm, Tickets, Blackwell Academy. Major Lucas Hemden. Illuminati, Auge, Bedeutung. Wächter der Hölle, Buch 3. Okay. Chloe kommt ein paar Mal vor. Ich konnte nie Elliot, um mich zu spielen. Ich glaube, er ist entweder wirklich gut oder wirklich schlecht. Ich wusste, dass Elliot gut in der Klasse war, aber ich wusste nicht, dass er hier auf einer vollen Reise war. Blackwell Academy, die Zukunft braucht Exzellenz, Elliot Hemden. Liebe Elliot, ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihre akademische Leistung und Ihr finanzieller Status die Bedingungen für den weiteren Erhalt finanzieller Hilfe erfüllen. Für das bevorstehende Frühlingssemester 2010 wird die Prescott-Stiftung all Ihre Bildungskosten sowie Kost und Logis übernehmen. Glückwunsch zu Ihrem anhaltenden akademischen Erfolg. Mit vollenden Grüßen, Raymond Wells, Direktor der Blackwell Academy. Wer spielt denn sowas? Ich glaube, das ist ein ganz merkwürdiges Spiel. Ich weiß nicht, was kann ich mehr, wie das heißt. Ich habe das auch mal gesehen. Lacrosse stand auch da. Lacrosse war das? Okay. Stimmt, Lacrosse-Schläger. Okay. Ja, irgendwo habe ich das mal gesehen. Ich fand es merkwürdig. Echt? Ich fand das voll cool. Es wirkt so elitär. Das ist halt das, was ich so merkwürdig fand. Ja, was für ein Tempo da. Die Bälle da aus dem Schläger da raus, wo man nach... Das ist schon krass. Das ist schon krass. DARKE